So, den fixen Cut habe ich erledigt und wir gehen jetzt mal mit Lenk hier ein bisschen schauen, weil das wohl, sozusagen, hier wieder Lenkies Abteilung ist. Da oben sind noch Pilze. Musst halt mal schauen. Weil erst mal mit Lenk hier durchstarten wir was drin. Ich kann doch mal... Da geht mal eben hier... Kamera, Kamera, Kamera. Gehen wir raus. So. So, gehe ich von da rein. Ich hatte die Kameraführung auch wieder was Besseres zu tun. Ich glaube es auch noch... Da ist die drei, wir kommen noch da hin, okay. Die vier führt uns wohl woanders hin. Da ist noch die Nummer. Da schießt die Nummer so rum. Hier war noch irgendwo. Haben wir keine gelben Bananien. Ne, anscheinend nicht. Okay. Wir können schon mal uns da hinbeamen. Das ist ja schon mal idealerweise ganz okay. Gehen wir mit. Dann wird er rein. Das ist ja schon mal ein bisschen anstrengend. So, in den Pilzkopf. Ah, hier waren die. Bestimmt ja. Da waren die Bananen. Epa. An dem Ziel kann man immer... Na, nino. Ich habe jetzt auch irgendwas anderes. Ich habe hier nichts anderes gesehen hier. Kann man hier hochklettern? Okay, wir waren jetzt nur eine Vermutung. Also... Ah, ich will ein Splat. Okay, das ist rot. Das war jetzt nur eine Vermutung, dass man hier hochkonten. Das wollte ich machen. Das Tür öffnet uns. Wohin auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da ein Pilzkopf vor. Aber da laufe ich schnell vorbei. Hi. Ist ja nicht nervig oder so. Huh. Wo kommen wir denn hier raus? Ah. Wunderschöner Baum. Wunderschön Gebiet. Haben wir eine Nummer? Haben wir nicht. Sauber. Schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie eine Nummer hier finden können. Ah, da ist eine Nummer. Ne, Nummer 4. Und blaue Münzen. Und ein blauer Kerl. Aber. Fein. Hier ist Gitarre. Ich will ja nicht vermuten, aber hier sind wohl ein paar Instrumente. Hier haben wir, aber er hat doch, glaube ich, dieses komische Saxophon. Ne, der hat die Trompete. Hier ist auch was für Tiny noch. Da muss ich das hier mal ein bisschen anschauen. Wir kommen ja vom Mittelpunkt auf jeden Fall schneller dahin. Da haben wir die Fressmänner. Wobei ich vermute, dass wir hier, kann man das nachschauen? Äh, kann man jetzt nicht so ganz nachschauen. Wir werden sich bestimmt einige Bananen finden müssen. Was ist das denn hier? Machen wir es mal. Ah, ein kleines Wettrennen. Oh. Oh. Da lang? Okay. Warum, dass ich das mit dem ersten Warnier schaffe? Ich erinnere mich an dieses Häschen-Schildkröten-Ränder, was dieses Märchen hat. Oh nein. Oh nein, er hat etwas gewonnen. Ich will nochmal. Ne, 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 das lasse ich mir jetzt nicht auf mich setzen. Ne, nochmal. Ja, sicher. Ich leine drauf her. Okay, ich weiß den Weg auf jeden Fall. Okay, ich habe einen kleinen Nachteil, ich muss anfangen damit zu starten. Wenn ich doch damit viel wendiger bin. Okay, wir können hier vorne schon wieder einen holen. Ich bin die Sau nicht blockiert hier. Das war ein guter, guter Move. Jetzt muss ich hier gleich aufpassen, dass ich da vorne hin muss. Ich bin da noch kurz hier hin. Da durch. Ich glaube, das ist gewonnen, oder? Wenn ich jetzt nichts falsch mache. Oh, ich glaube, ich habe einen Holzeapfen. Okay, gute Übersetzung. Oh, ich lasse ein paar Münzen fallen und? Keine Banane. Wir müssen jetzt hier nochmal, oder was? Denken wir nochmal auf. Man kann es ja nicht wissen. Make it time to... Runde 2, doch. Das habe ich aber noch nicht. Der ist ja viel zu schnell. Wie schnell ist der denn? Der ist extrem schnell, ne? Ich glaube, wir müssen einfach zu quanky. Boah. Ja, der hat was gewonnen. Ne. 2-Jährigen später. Denn ich vermute stark, dass uns hier noch quanky helfen wird, hoffentlich. Weil das wird nicht der Letzte sein, dass wir hier waren. Weil der... Ich hätte das, glaube ich, bei dem... Was ist denn gewesen? Aua. Bei dem Schlüssel. Bei dem Wärter. Ist auch so ein Ding. Bei dem Wärter ist ja auch so ein... Ding, wo wir noch hin müssen. Ach, ja. Ist doch nicht gut. Das ist doch nicht gut. Aber ich gehe jetzt bei ihm schnell die Bananen sammeln. Da würde ich auch mal mich interessieren. Ich fühle mich mal das Thema 300 Bananen. Das glaube ich so... Das Minimum, was man hier machen kann. 250. Und seitdem der eine Donkey Kong fehlt. Dann gehen wir mal eben nach... Cranky rüber. Dann gehe ich mal auf diese Springpilze, die hier noch sind. Splat... Ich finde auch noch so ein Splat-Tube hier. Okay. Interessant. Ich weiß nicht, was hier kommt. Da wird Musik aufgefüllt. Okay. was halt so okay wir haben da vorne unser ding von hier kommen wir nicht macht nix macht nix macht nix hier haben wir noch was für tiny wichtig ist den drücken wir jetzt erst mal passieren tut nichts okay würde uns nix bringen da wir nicht alle haben okay das ist doch ich habe alle hier da ist das er nicht das problem finde ich wo ich bin jetzt die orientierung los ich vermute mal hier ich vermute mal da links lang oder ähnliches da oben ist das da muss ich einfach mal gucken wo man hin muss es ist über dem ding ja das passt das könnte hin was wäre war das hier geht an die leitern sind ein bisschen blöd gemacht okay dann fall einfach okay die leitern sind wie die bäume und das fliegen beziehungsweise handeln das hat mich gerade irgendwie fest ich weiß es nicht okay nicht im ausreden willen wollen wir da aber hoch ich schaue wieder auf uhr gerade warum gehen denn heute die folgen so schnell um ja man sieht dass das so die art von den äh bäumen ist weil man ja auch so drum gehen kann wo ist das wo ist das wo ist das wo ist das überhaupt nicht so ein schweres level unten HEART für Oh nein, umdrehen! Umdrehen! Nein! Okay, für den ersten Versuch sehr knapp. Okay, ja, ja, klar. Machen wir nochmal. Wird das immer wieder höher? Das ist die Mitte... Okay. Ah, das Enden ist das, äh, effektiv, dass wir da starten müssen. Aber ich komme, wie gesagt, glaube ich schneller hoch, wenn ich hier dran gehe. Hopp. Okay. Nein! Okay, das ist jetzt ein bisschen mies gelaufen. Uff, warum wird denn hier keine Hangeln? Kann man das noch mal neu starten hier? Return. Ah, das wird ausmachen, das schaue ich nicht mehr. So ein mieser Flug. Ich dachte, so ein Swing wäre schon ganz optimal gewesen. Aber ich sehe schon gerade auf die Folge, die ist ein bisschen über Länge, deswegen mache ich einen kurzen Kart und wir sehen uns gleich bei einem neuen Versuch von Tiny's kleinen Bananen Level. 3